Hi und damit Willkommen zum Video. So und jetzt mache ich mir wie immer vor dem Video mit ein Kakao und los geht's Wo ist die Milch? Da ist die Milch Okay, wir haben noch ein bisschen runter Okay Ja, wie soll ich anfangen? Ihr habt wahrscheinlich schon so ein Video gelesen, worum es heute überhaupt geht Genau, es geht darum, dass ich seit einem Jahr YouTube mache Mir ist es vor ein paar Tagen aufgefallen Ich habe ein bisschen runtergescrollt bei meinem Video Was momentan 57 oder 56 Videos sind Kommt ungefähr hin Und ich seit einem Jahr YouTube mache Ich bin euch so dankbar, dass ihr zahlreich und dabei seid Also wir sind jetzt fast 300 Leute Wir sind jetzt 291 oder 290 Leute Das ist schon viel, 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 viel großen Dank dafür Und ja, ich möchte einfach mal zu der Zeit zurückblicken Und gucken, wann ich mein erstes Video hochgeladen habe Mein erstes Video war mein erster Vlog Und der hat 183 Aufrufe, 8 Likes, 6 Dislikes Damals war es noch nicht so bekannt, das Video Damals habe ich auch noch mein Handy aufgenommen Und es war nicht so krass bearbeitet wie heute Also wenn ihr es gerne mal anschauen wollt, dann guckt nachher eine Anker Da ist es dabei Da zeige ich euch das Video Also dieses Video habe ich veröffentlicht am 04.06.2016 Und heute haben wir den Montag, den 26. Juni Juni, genau Und ich habe vor ungefähr halt drei, zwei Wochen Ich glaube zwei Wochen ist das seit einem Jahr YouTube gemacht Und ich bin euch so dankbar, dass es schon 300 Leute sind Ich habe damals nicht gerechnet, weil ich wirklich die 300 überhaupt schaffe Weil ich habe damals einen Kanal gehabt Und hatte 50 Abonnenten und war schon so froh Klar, 50 Abonnenten ist auch schon cool Plus 300 ist nochmal ein Level höher Und ich habe mir für's nächstes Jahr auf jeden Fall vorgenommen, die 500 zu knacken Und das wäre mal so ein Traum So im nächsten Jahr Also dieses, was jetzt, also das nächste YouTube Jahr Ich rede nicht von diesem Jahr, sondern vom nächsten YouTube Jahr Und ja, deswegen möchte ich gerne euch auch noch was kleines zurückgeben Und zwar, ihr könnt unten in die Kommentare entscheiden, was ihr gerne als Abonnenten-Special sehen wollt Ne, aber habe ich gerade Abonnenten-Special gesagt? Als ein Jahr Ein-Jahres-Special? Sagt man dazu sowas? Ihr wisst, was ich weinere Also das ist ja ein Jahr YouTube-Mare, wie ich ein Special zu machen Und ihr könnt unten in den Kommentaren Schreibt unten in die Kommentare rein, was ihr gerne sehen wollt Könnt auch ein bisschen länger dauern, weil ich möchte dann ein bisschen für Arbeit reinstecken Und euch dann was zurückzugeben Gut, ähm Das Video geht auch schon viel zu lang Ich sehe in der rosa Teil, dass es vier Minuten fünf jetzt schon geht Das ist eindeutig zu lang Ich hatte nicht so lange vor Also, wir sehen uns jetzt Oder wenn ihr das Video seht Dann habt noch einen schönen Tag Bis dann Tschüss Bis dann Bis dann Tschüss Bis dann Tschüss Tschüss Vielen Dank.